Mein größter Feind ist... Fabian Windeck von Victoria Griesheim. Mein Körper ist... Superbody habe ich, von daher einwandfrei. Mit einer Million würde ich... Neue Mannschaft gründen. Bei meinem ersten Rausch habe ich... Oh, hier kann ich mich gar nicht erinnern. Mein schnellstes Tor war... Gute Frage. Kann mich leider nicht erinnern. Bester Fußballsong? Es gibt nur einen Rudi Völler. Das letzte Mal, als ich geweint habe, war... Vor 15 Jahren, ungelogen. Lieber feiern mit Freunden oder mit der Freundin zu Hause? Lieber feiern mit den Freunden. Auf dem Platz bin ich? Ein Fußballgott. Wenn ich Thomas Müller wäre, würde ich? Ich würde schon in der Alliga spielen, nicht bei Bayern München.